30. Predigt für den ersten Sonntag nach Pfingsten Von der nächsten Liebe Eadem quippe mensura, qua mensi fuoritis, remetietur vobis. Lukas, 6. Kapitel, 38. Vers Mit demselben Maße, womit ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Wir lesen im heutigen Evangelium, dass Jesus Christus eines Tages zu seinen Jüngern sprach. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Seht, wie euer himmlischer Vater mit euch barmherzig ist, so sollt auch ihr gegeneinander barmherzig sein. Hierauf fuhr der Herr fort, zu erklären, wie und in welchen Dingen man die heiligen Nächstenliebe üben solle. Dann sagte er, Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Wer von jemandem redet, der hüte sich, verwegen über den Nächsten zu urteilen. Zitat Vergebet, und es wird euch vergeben werden. Wodurch er uns erklärt, dass Gott uns nicht die Beleidigungen, die wir ihm zugefügt, verzeihen könne, wenn wir nicht zuvor denen verzeihen, die uns beleidigt haben. Zitat Hier spricht der Herr gegen jene, welche meinen, Gott müsse ihnen alles, was sie nur wünschen, gewähren, indes sie selbst den Armen gegenüber so karg und geizig sind. Endlich sagt er noch, Gott werde sich gegen uns desselben Maßes der Liebe bedienen, dessen wir uns gegen andere bedient haben. Sehen wir also, auf welche Weise wir die Nächstenliebe üben sollen. Wir müssen die Nächstenliebe üben, erstens durch Gedanken, zweitens durch Worte, drittens durch Werke. Erster Punkt Auf welche Weise wir die Nächstenliebe durch unsere Gedanken üben sollen. Eins, Zitat Auch wir haben dieses Gebot von Gott, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Dasselbe Gebot also, welches uns verpflichtet, Gott zu lieben, verpflichtet uns auch, unsere Nebenmenschen zu lieben. Die heilige Katharina von Genna sprach eines Tages zu ihrem Heilande. Zitat Oh mein Gott, du verlangst, dass ich meinen Nächstenliebe, aber ich kann nur dich allein lieben. Worauf der Herr antwortete Wisse, meine Tochter, dass wer mich liebt, auch alles liebt, was ich liebe. Deshalb lehrt uns auch der heilige Johannes, dass derjenige lügt, welcher sagt, dass er Gott liebe und er dennoch seinen Nächsten hasst. Zitat Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, der ist ein Lügner. Jesus Christus dagegen erklärt uns, dass er die Beweise von Liebe, welche wir dem Geringsten seiner Brüder geben, ansehe, als ob wir sie ihm selbst erwiesen. Vorerst müssen wir also die Nächstenliebe durch unsere Gedanken üben, indem wir ohne einen hinlänglichen Grund niemals lieblos über jemanden urteilen. Zitat Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wer ohne hinlängliche Ursache urteilt, dass jemand eine Todsünde begangen, der begeht hierdurch eine schwere Sünde. Hat man dagegen einen verwegenen Argwohn, so macht man sich hierdurch wenigstens einer lässlichen Sünde schuldig. Hat man aber doch hinlängliche Ursache, ein Urteil zu fällen oder einen Verdacht zu haben, so begeht man keine Sünde. Wer aber von wahren Nächstenliebe beseelt ist, der glaubt Gutes von jedermann und schlägt die Urteile und den Argwohn aus dem Sinn. Zitat 3. Wir wollen jetzt zum zweiten Punkt übergehen, wo ich noch vieles zu bemerken habe. Zweiter Punkt Auf welche Weise wir die Nächstenliebe durch Worte ausüben müssen. 4. Was die Übung der Nächstenliebe im Reden anbetrifft, so müssen wir vor allen Dingen all und jene Verleumdung vermeiden. Zitat Der Ohrenbläser verunreinigt seine eigene Seele und wird allenthalben gehasst. So sehr diejenigen von allen geliebt werden, die von jedermann Gutes reden, ebenso sehr werden sowohl von Gott als von den Menschen jene gehasst, die dem Laster der Verleumdung ergeben sind. Und wenn man auch zuweilen Vergnügen daran findet, dem Verleumdung zuzuhören, so verabscheut man ihn dennoch und nimmt sich selbst vor ihm in Acht. Jene, welche die böse Gewohnheit haben, anderen lieblos nachzureden, werden nicht nur in der anderen Welt, nein, schon hier auf Erden bestraft. Denn solche beißenden Zungen sind Ursache von tausend Sünden, da sie Zwietracht in ganze Familien und in die ganze Gemeinden sehen. Thomas Cantipratensis erzählt, er habe selbst einen Verleumdung gekannt, der in den letzten Augenblicken seines Lebens wie ein Wütender heulte und seine Zunge mit seinen eigenen Zähnen zerfleischte. Da ein anderer Verleumdner dem heiligen Malachias Böses nachredete, so schwoll augenblicklich seine Zunge auf, die hierauf mit Würmern angefüllt wurde, wonach er sieben Tage später auf die elendste Weise starb. 5. Man begeht die Sünde der Verleumdung nicht nur, wenn man seine Nebenmenschen um seinen guten Namen bringt, indem man ihn erdichteter Zünden beschuldigt oder seine wirklichen Fehler vergrößert, sondern auch dann, wenn man irgendeine verborgene Sünde seines Nebenmenschen anderen mitteilt. Es scheint, als ob einige, wenn sie von ihrem Nebenmenschen etwas Böses wissen, so lange gleichsam an Geburtsnöten leiden, bis sie dasselbe anderen mitgeteilt haben. 6. Ist die Sünde des Nächsten geheim und handelt es sich von erheblichen schweren Dingen, so ist es eine Todsünde, wenn man dieselben ohne rechtmäßige Ursache bekannt macht. 7. Ich sage ohne rechtmäßige Ursache. Denn wenn man zum Beispiel einem Vater des Sünde seines Sohnes offenbarte, damit er denselben zurechtweise und dem Übel abhelfe, so begehe man hierdurch keine Sünde. Nein, man tut sogar ein gutes Werk, weil nach dem heiligen Thomas es nur dann eine Sünde ist, die Schuld des Nächsten zu offenbaren, wenn man dies tut, damit er um seinen guten Namen komme, aber als dann nicht, wenn man es für sein Bestes oder um des Wohles anderer Willen tut. 6. Aber auch jene werden Gott, der einst eine große Rechenschaft abzulegen haben, die, nachdem sie Böses über andere gehört, dies sogleich demjenigen, der verleubnet worden ist, hinterbringen. Ach, welch großen Schaden stiften solche Ohrenbläser, die nur darauf bedacht sind, überall Zwietracht auszustreuen. Denn sie sind ein Gegenstand des göttlichen Hasses, Zitat, der Herr hasset den, der Zwietracht ausstreuert unter Brüdern. Der Verleubner begeht keine so große Sünde, denn ein solcher hat wahrscheinlich irgendeine Beleidigung erdulden müssen und verdient deshalb weit eher unser Mitleid. Aber warum hinterbringst du das, was du vernommen hast? Geschieht es nicht, um Missgunst und Hass zu erzeugen, welche als dann die Ursache von tausend Sünden sein werden? Sollte es jemals geschehen, o mein Christ, dass du etwas Böses von deinem Nebenmenschen hörst, so befolge den Rat des Heiligen Geistes, der uns zuruft. Dieses Wort, das du von deinem Nebenmenschen vernommen, musst du nicht nur in deinem Herzen verschließen, Nein, es muss sogar in dir sterben. Was nur an einem Orte verschlossen ist, kann immer noch entweichen und sich von Neuem zeigen. Was aber gestorben ist, das kann das Grab nicht mehr verlassen. Hierdurch werden wir ermahnt, dass, wenn wir etwas Böses über unseren Nächsten gehört, wir anderen auch nicht die geringste Andeutung geben dürfen, dass wir es wissen, Entweder durch halbe Worte, durch Kopfschütteln oder andere Zeichen. Denn oft schaden solche Zeichen, solche halbe Worte mehr als deutliche Worte, weil sie bewirken, dass man das Übel für weit größer hält, als es in Wirklichkeit ist. 7. Dann muss man sich auch noch hüten, in einer Unterhaltung jemanden dadurch zu verletzen, dass man ihn lächerlich macht, dasselbe mag nun gegenwärtig oder abwesend sein. Freilich wendet man hierauf ein, man tue es nur im Scherz, aber solch ein Scherz ist der Nächstenliebe durchaus zu wider. Jesus Christus sagt, Zitat Alles, was ihr wollet, dass euch die Leute tun, das sollt ihr ihnen tun. Würde es dir nun aber wohl angenehm gewesen sein, mein Christ, wenn man dich in Gegenwart von anderen verlachte oder verspottete? Hüte dich demnach, es auf solche Weise mit deinem Nebenmenschen zu machen. Auch muss man sich davor hüten, um unnützer Dinge willen zu streiten. Zuweilen entstehen wegen einiger Kleinigkeiten, an denen nichts gelegen ist, gewisse Zänkereien, wovon man dann bald zu klagen und beleidigenden Worten übergeht. Es gibt manche, die so sehr vom Geiste des Widerspruches beseelt sind, dass sie ohne alle Notwendigkeit, bloß um anderen entgegenzutreten, allem, was jene sagen, widersprechen und auf solche Weise die Nächstenliebe verletzen. Der Heilige Geist sagt aber, Zitat, streite nicht um etwas, was dich nicht angeht. Aber, antworten solche, ich verteidige den wahren Grund, ich kann zu verkehrten Sachen nicht leiden. Der Kardinal Bellarmine aber gibt einem solchen Verteidiger der Gründe zur Antwort. Eine Unsinn-Nächstenliebe ist mehr wert als hundert Pfund Gründe. Wenn wir uns mit anderen unterhalten, besonders, wenn man von geringfügigen Dingen redet, so sage man seine Meinung, wenn man Anteil an der Unterhaltung nehmen will, und hiermit gebe man sich zufrieden, ohne dieselbe hartnäckig zu verteidigen zu wollen. Bei solchem Wortstreit ist es immer am besten, nachzugeben. Wer als dann nachgibt, sagt der heilige Egidius, der bleibt Sieger, weil er seinen Gegner an Tugend übertrifft und den Frieden bewahrt, der ein weit größeres Gut ist, als der Sieg, den man mit seiner Meinung davonträgt. Der heilige Josef Kalassanz sagt auch noch, Wer den Frieden liebt, der widerspricht niemanden. Acht Wollen wir also von Gott und den Menschen geliebt werden, meine Christen, so müssen wir darauf bedacht sein, immer von allen Gutes zu reden. Und sollte es geschehen, dass wir es anhören müssten, wie jemand einem anderen übel nachredet, so müssen wir uns in Acht nehmen, dass wir ihn ja nicht hiezu reizen, oder dass wir Neugierde zu erkennen geben, denn als dann würden wir uns der Sünde teilhaftig machen, die jener begeht. In solchen Fällen müssen wir entweder den Verleumdner zurechtweisen, oder wir müssen das Gespräch abbrechen, oder die Gesellschaft verlassen, und wenigstens nicht zu erkennen geben, dass wir nicht gern solche Reden anhören. Der weise Mann sagt Verzäune deine Ohren mit Dornen und höre auf keine gottlose Zunge. Hört man, wie jemand einem anderen seinen guten Ruf nimmt, so muss man seine Ohren gleichsam mit einer Dornenhecke umgeben, damit man verhindere, dass die Verleumdung Eingang zum Herzen findet. Wenigstens muss man als dann zu erkennen geben, dass einem die Unterhaltung missfalle, was man durch Stillschweigen, oder durch ein ernstes Gesicht, oder dadurch zu erkennen gibt, dass man die Augen niederschlägt und anderswo hinblickt. Ist es uns aber nur irgend möglich, so verlangt die Liebe, dass wir die Verteidigung des Beleidigten übernehmen. Der göttliche Bräutigam wünschte, dass die Worte seiner Braut einer Purpur-Binde gleiche. Zitat Wie eine Purpur-Schnur sind deine Lippen. Unsere Worte, erklärt Theodorid, sollen innerlich von der Liebe eingegeben sein, damit sie so viel als möglich die Fehler des Nächsten bedecken, indem sie wenigstens die Absicht entschuldigen, wenn sich die Handlung selbst auch nicht entschuldigen lässt, wie uns der heilige Bernhard hierzu ermahnt. Die Ordensschwestern der heiligen Theresia pflegten von ihr zu sagen, dass man allenthalben sicher sei, wo sich ihre heilige Mutter befinde, dass sie wohl wussten, dass dieselbe die Verteidigung all derjenigen übernahm, denen man Böses nachredete. 9. Überdies verlangt die Nächstenliebe auch noch, dass wir sanft gegen alle seien, vorzüglich gegen jene, die uns zuwider sind. Ist also jemand erzürnt gegen dich und misshandelt er dich durch beleidigende Worte, so antworte ihm sanftmütig und zugleich wirst du ihn ruhig erblicken. Zitat Eine sanfte Antwort bricht den Zorn Willst du dich dagegen ebenfalls erzürnen und mit Bitterkeit antworten, so wird das Feuer nur noch heller auflodern und wenn du der Empfindlichkeit nachgibst, so setzest du dich sogar der Gefahr aus, dein Seelenheil zu verlieren, indem du irgendeine Bewegung des Hasses nachgibst oder eine schwere Beleidigung ausstößest. Bist du unruhig, so ist es am besten, dass du dir Gewalt antust, um zu schweigen und keine Antwort zu erteilen, denn, sagt der heilige Bernhard, ein vom Zorn getrübtes Auge vermag es nicht mehr, das Recht vom Unrecht zu unterscheiden. Sollte es aber geschehen sein, dass du vom Zorn hingerissen deinen Nächsten beleidigt hättest, so verlangt die Nächstenliebe, dass du alles Mögliche tust, ihn wieder zu beruhigen, damit du aus seinem Herzen jeden Groll wieder hinweg nimmst. Es gibt dann kein besseres Mittel, den Fehler gegen die Nächstenliebe wieder gut zu machen, als jenes, sich vor dem Beleidigten zu verdemütigen. Später, in Klammern, siehe die 34. Predigt, Klammer zu, werde ich noch ausdrücklich davon reden, auf welche Weise man die Sanftmut im Umgange mit seinem Nächsten ausüben müsse. 10. Es ist auch noch ein Akt der Nächstenliebe, dass man den Sünder zurechtweise. Sage mir dagegen nicht, aber ich bin nicht sein Oberer. Wärest du sein Vorgesetzter, so würde die Amtspflicht dich dazu verbinden. Da du es aber nicht bist, so verbindet dich die Nächstenliebe als einen Christen dazu. Zitat Der Herr befahl, dass ein jeglicher von ihnen seinen Nächsten in Acht habe. Welch eine Grausamkeit wäre es nicht, wenn man sähe, dass ein Blinder einem Abgrunde entgegen ginge, und wenn man demselben dennoch nicht beistünde, um ihn vom zeitlichen Tode zu befreien. Aber noch weit größer wäre deine Grausamkeit, oh mein Christ, wenn du, da es doch in deiner Gewalt steht, deinen Bruder vom ewigen Tode zu befreien, dieses unterlassen wolltest, um dich nicht mit solchen Gedanken zu beschäftigen. Dritter Punkt Auf welche Weise wir die Nächstenliebe durch unsere Handlungen ausüben müssen. Elf Manche sagen, dass sie alle Menschen lieben, aber sie wollen nicht die geringste Mühe auf sich nehmen, um ihrem Nebenmenschen in seiner Not beizustehen. Zitat Meine Kindlein, sagt der heilige Johannes, lasset uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern in der Tat und Wahrheit. Die heilige Schrift lehrt uns, dass das Almosen vom Tode befreie, dass es von den Sünden reinige und uns die göttliche Barmherzigkeit und das ewige Heil erlange. Zitat Denn das Almosen errettet vom Tode und dasselbige ist's, das von Sünden reinigt und macht, dass man Barmherzigkeit und das ewige Leben finde. Gott kommt uns auf dieselbe Weise zu Hilfe, wie wir dem Nächsten helfen. Zitat Mit demselben Maße, mit dem ihr gemessen, wird euch wieder gemessen werden. Darum sagt der heilige Chrysostomus, dass die Übung der Nächstenliebe eine Kunst sei, um bei Gott große Schätze zu gewinnen. Die heilige Maria Magdalena von Pazis bekannte von sich selbst, sie fühle sich zufriedener, wenn sie dem Nächsten beistehen könne, als wenn sie bei der Beschauung erhoben werde. Denn, sagt sie, in der Betrachtung ist es Gott, der mir hilft. Stehe ich aber meinem Nächsten bei, so helfe ich Gott. Alle Liebe, die wir dem Nächsten erweisen, sieht Gott als ihm selbst erwiesen an. Dagegen ruft uns der heilige Johannes zu, wie kann man sagen, dass man Gott liebt, wenn man seinem Nächsten in seiner Not nicht einmal beisteht? Zitat Wer die Güter dieser Welt hat und doch, wenn er seinen Bruder notleidend sieht, sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibet die Liebe Gottes in ihm? Unter Almosen versteht man aber nicht nur Geld und Gut, sondern eine jede Erleichterung, die man seinem Nebenmenschen in seiner Not zukommen lässt. Zwölf Wenn nun aber die Liebe fordert, dass wir allen helfen, so fordert sie doch vorzüglich, dass wir denen helfen, die in größerer Not sind, weshalb wir besonders der armen Seelen im Fegfeuer ein Gedenk sein müssen. Der heilige Thomas lehrt, dass die Nächstenliebe sich nicht nur auf die Lebendigen beschränke, sondern dass sie sie sich auch auf die Toden erstrecken. Gleichwie wir nun also verpflichtet sind, unseren lebenden Nebenmenschen zu helfen, so müssen wir auch jenen gefangenen heiligen Seelen zu Hilfe kommen, die so viel in diesem schmerzlichen Feuer zu erleiden haben und die sich selbst und die sich selbst gar nicht helfen können. Das sagte ein verstorbener Zisterzienser, als er eines Tages dem Sakristan seines Klosters erschien, Zitat, Steh mir doch bei, mein Bruder, durch dein Gebet, denn siehe, ich kann mir selbst nicht helfen. Stehen denn also auch wir, so gut wir können, diesen geliebten Bräuten Christi bei, empfehlen wir dieselben alle Tage Gott und lassen wir auch zuweilen eine heilige Messe für die Ruhe ihrer Seelen lesen. Es gibt für jene heiligen Seelen keine mächtigere Hilfe als das Opfer des Altars. Gewiss werden sie als dann auch nicht undankbar gegen dich sein, oh mein Christ, nein, sie werden es dir gewiss reichlich ersetzen und dir noch weit mächtiger beistehen, wenn sie dereinst zur Anschauung ihres Gottes gelangt sind. 13 Es ist Gott auch noch sehr wohl gefällig, wenn man den Kranken eine ganz besondere Liebe erweist. Dieselben sind oft den heftigsten Schmerzen preisgegeben. Traurigkeit und Angst vor dem Tode hat sie häufig ihrer bemächtigt und zuweilen sind sie auch noch von allen verlassen. Sei also darauf bedacht, oh mein Christ, ihnen durch Almosen oder Geschenke beizustehen. Helfe ihnen, so gut du kannst und suche sie wenigstens durch Worte zu trösten und zu ermuntern, dass sie sich in den Willen Gottes ergeben und ihm alles aufopfern, was sie zu leiden haben. 14 Vor allem musst du aber darauf bedacht sein, die Nächstenliebe gegen jene auszuüben, die dir am meisten zu widder sind. Da wendet vielleicht jemand ein. Ich will gerne dankbar sein gegen die, welche mich gut behandeln. Es ist mir aber ganz unmöglich, jene zu lieben, die mich verfolgen. Aber Jesus Christus lehrt uns, dass auch die Heiden dankbar gegen jene sind, die ihnen Gutes erweisen. Zitat Tun dies nicht auch die Heiden? Die christliche Liebe besteht gerade darin, dass man denjenigen Gutes wünsche und Gutes erweise, die uns hassen und die uns Böses zufügen. Zitat Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die, welche euch verfolgen und verleumden. Dieser wünscht dir nur Böses, du aber musst ihn lieben. Jener hat dir Schaden zugefügt, du musst ihm aber Gutes erweisen. Auf diese Weise errechnet sich die Heiligen. Das ist jene himmlische Rache, die wir gegen unsere Feinde nehmen sollen, wie uns der heilige Paulinus ermuntert. Die heilige Katharina von Siena bediente bediente einer langmärigen Krankheit eine Frau, die sie um ihren guten Ruf gebracht hatte. Der heilige Ambrosius ließ einen Menschen Mörder, der ihm nach dem Leben gestellt, den nötigen Unterhalt für sein ganzes Leben anweisen. Als ein Stadthalter von Toskana mit Namen Venustan dem heiligen Bischof Sabinus um des Glaubens willen die Hände hatte abhauen lassen, fühlte der Tyrann plötzlich einen furchtbaren Schmerz in den Augen. Da flehte er den Heiligen um seinen Beistand an, jener betete für ihn, hob den noch vom Blute triefenden Arm in die Höhe, segnete ihn und erlangt ihm nicht nur die Genesung der Augen, sondern auch der Seele, da dieser sich deshalb bekehrte. Der Pater Segnieri erzählt, dass einer Frau zu Bologna ihr einziger Sohn ermordet wurde. Da geschah es aus Zufall, dass der Mörder in ihrem eigenen Hause eine Zufluchtsstätte suchte. Was tat nun wohl diese unglückliche Mutter? Zuerst verbarg sie den Mörder vor den Nachstellungen der Obrigkeit und sprach hierauf zu dem Selben, Da ich meinen Sohn verloren habe, so sollst du von heute an seine Stelle vertreten und der Erbe meines Vermögens sein. Nimm einstweilen dies Geld und fliehe anderswohin, denn hier bist du nicht mehr sicher. Auf solche Weise rächen sich die Heiligen. Wer seinen Feinden verzeiht, der ist sicher, dass Gott auch ihm verzeihen werde, da der Herr selbst sagt, vergebet, so wird euch vergeben werden. Und wenn du deinem Feinden, der dich verfolgt und verleugnet, sonst nichts Gutes zu erweisen vermagst, so empfehle denselben wenigstens Gott im Gebete. Zitat Betet für die, welche euch verfolgen und verleugnen. Das ist die Lehre Jesu, der jene reichlich zu belohnen weiß, die sich auf solche Weise gegen ihre Feinde benehmen. Amen.